Musik Ein Mann hat in einer Geschichte aus der Bibel aus Lukas 15 zwei Söhne. Der Jüngere verlangt von seinem Vater die Auszahlung seines Erbanteils und zieht los, um dieses mit Partys und mit Huchen zu verprassen. Währenddessen arbeiten der Vater und der ältere Sohn hart auf dem Land. Nach einiger Zeit kehrt der verloren geglaubte Sohn zu seinem Vater zurück, verarmt und ausgehungert. Der Vater veranstaltet vor Freude über die Rückkehr seines Sohns ein großes Fest. Aber der ältere Sohn reagiert schroff und abweisend. Er fühlt sich zurückgesetzt, ungerecht behandelt, ungeliebt. Für ihn wurde nie ein Fest gefeiert, obwohl er seinen Vater nie im Stich gelassen hatte. Obwohl er immer hart gearbeitet hatte, während sein Bruder egoistisch und selbstsüchtig war. Soweit die Geschichte. Geht es uns nicht auch manchmal so, wie dem älteren Sohn in dem Gleichnis? Fühlen wir uns nicht auch manchmal im Vergleich mit anderen von unserem himmlischen Vater zu schlecht im Leben ausgestattet? Sind wir nicht auch manchmal enttäuscht und zornig auf unseren Gott? Der ältere Sohn in der Geschichte versteht die Handlung seines Vaters nicht. Und so ist es für mich überhaupt nicht verwunderlich oder gar ein Zeichen von mangelndem Glauben an Gott, wenn auch wir manchmal mit unseren Lebensumständen oder den Geschehnissen um uns herum hadern. Auch das kann Teil von unserem Glaubensleben sein. Was glaubst du? Wie ist die Geschichte in der Bibel weitergegangen? Die Bibel erzählt es uns nicht. Aber da ich zwei kleine Kinder habe, die erst gerade so aus der Trotzphase entwachsen, weiß ich, wie kleinere Eltern-Kind-Konflikte bei uns und bei vielen anderen Familien seit Generationen ablaufen. Wie oft hatten mein Mann und ich in den vergangenen Jahren unsere Kinder tobend vor Wut, Überforderung und Hilflosigkeit auf unserem Schoß. Erst anklagend und wütend und mit der Zeit ruhiger und zugänglicher. Wo dann die elterliche Umarmung irgendwann ankommt und die Liebe plötzlich wieder spürbar wirkt und kleine Wunder bewirkt. Oft ist unsere Eltern-Kind-Beziehung nach so einem Gewitter, nach so einem Tief sogar besser als vorher. Vermutlich hätte dieses auf den Schoß des Vaters klettern und alle Frust und Trauer herausweinen, bis er die liebevollen Arme seines Vaters wieder spüren kann. Auch dem älteren Sohn aus dem Gleichnis geholfen. Wenn das bei menschlichen Eltern-Kind-Beziehungen schon so viel bewirkt, wie viel mehr erlaubt, kann es dann bei unserem Gott sein, wenn wir mit all unserem Ballast zu ihm auf den Schoß geklettert kommen. Er wird all unseren mitgebrachten Zorn und unser Unverständnis ertragen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er wird uns liebevoll umarmen und weiter mit uns gehen. Vielleicht ist unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater anschließend sogar stärker als zuvor. Sitzt du auf dem Schoß von deinem himmlischen Vater? Diese Erfahrung wünsche ich dir. Sei gesegnet.